Jo Leute, what's up? Herzlich Willkommen zu Happy Wheels. Ja, sorry, dass ich die letzten Tage so inaktiv war. Aber hatte ich gestern oder so eine Aufnahme fertig gehabt gerade und dann... ...hatte mich meine Mutter während der Aufnahme gestört. Dann war die Aufnahme am Arsch, dann hatte ich auch keinen Bock mehr noch eine neue zu machen. Sorry Leute, jetzt werden wir hoffentlich wieder mehr kommen. Aber nächste Woche, ja, nächste Woche werden nicht mehr allzu viele Videos kommen. Was heißt allzu viele? Nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Es kommen jetzt generell am Anfang noch nicht so viele. Aua, aua, aua. Beschwingt jetzt das Level Ballfall Extreme. Nicht festbleiben, okay. Festbleiben? Ihr kennt mich, ich kann kein Deutsch. Auf jeden Fall, weil nächste Woche fängt bei mir wieder die Schule an. Ich bin... Ich bin blöd. Ja, ist auf jeden Fall scheiße, dass ihr wieder anfängt. Ich meine, wer hat schon Bock auf Schule. Aber ich werde versuchen jetzt... Ich werde mir Zeit nehmen und... Und... Ja, ich werde auf... Es werden auf jeden Fall... Aufnahmen kommen. Timmy! Ja, Aufnahmen werden kommen, nur ich weiß nicht, ob es so viele werden. Also es werden auf jeden Fall nicht allzu viele, so jeden... Wie jeden Tag ein Happy Wheels-Bad oder so. Vielleicht doch mal selten, vielleicht dreimal in der Woche. Weiß ich noch nicht. Ich hab keinen festen Upload-Plan. Timmy, was ist mein Kopf los? Lass ihn los! Apfel, 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 da. Entschuldigung. Tschüss, Timmy! Und an die Zuschauer... Äh... Ja, die Zuschauen. Es gibt hier solche Programme, wo... Die man anwirft. Für Twitter. Wo dann unten rechts immer die neuen Tweets angezeigt werden. Weiß jemand, wie dieses Programm heißt? Weil... Ich hatte da gestern mal nachgegoogelt. Ich hab's nicht gefunden. Und ja, die Musik ist an... Oder Sound. Ich hab's ein bisschen lauter gemacht. Na... Oh! Naja. Kill them all. Komm, gehen wir mal ein paar Seiten... weiter. Hm! Okay. Break your glass. Zwölf. Okay. Normal easy. Oh, oh. Da muss der Sound leiser. Okay, so. Es ist gut. Ja, so. Es ist gut. Oh! Ey. Ah! Ich will nicht erschlagen werden. Dann. Ja, ja, ja. Ups. Timmy, stell dich nicht so an. Mann. Kein Weichei. Nieder ein Beispiel an mir. Okay, meiner schreit auch rum. Ah, das war jetzt nicht so hart. Ah, das war jetzt nicht so hart. Und das war jetzt. Also, ich darf das mal machen. Äh, ich weiß auch nicht. Oh! Oh, 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 oh. Oh! 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 um ja ich glaube es ist unser etzeichen so toby kuhlmann weiß ich nicht und der normale das level ist jetzt nicht so berausend ich meine einfach nur wer los irgendwo jets hin platziert kriegt von mir einen stern oder wir machen einfach mal news die neuen und today the inside answer here ein ein das wird die die das Genau das meine ich. Tschüss. Das war ich nicht. Haha. Ich werde die Strecke. Ach, egal. Ich mag sie nicht jetzt so persönlich, weil ich finde da keinen richtigen Weg. Drei Sterne. Click, set and watch. Z. Ich glaube, ich soll mich nicht move'n. Sollte ich mich move'n? Ich sollte mich doch nicht bewegen, oder? Nö, schätze nicht. Ouch. Hm, ja, toll. Zwei Sterne. Jet One oder Borto. Mal sehen, wie der ist. Justin Bieber and Death? Ui. Ja, das war beziehungsweise nicht. Aber, was wäre hier? Okay. Was wäre, ähm... Das ist... Hm. Riecht für mich persönlich... Ja, vier Sterne. Escape. Ja, woraus? Wie soll man denn da raus? Escapen. Vielleicht. Jet One. Oh, jetzt habe ich gar nicht gewertet. Little Hard. neces adaptationsisch. Genau, was ich sch disgusting könnte. oh 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 naja hmm neon ropspring hm 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 lade 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 tut 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 ach so ok ja ich hab die seite jetzt neu geladen das ist neu das ist neu nein oh nein sie werden uns alle umbringen nein oh nein tut tut ich mag zu kommt her kommt her kommt her m ey ich habe dich ge- hallo cheetah hallo hallo die war ein Zürcher nein, wir werden sterren was? das ist aber jetzt von mir 5 das steht so schön 5 Sterne hätte es das andere Level Oh, ich bin an einem Oh 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 Au, au, au Oh Oh Wait Fail Das machen wir nochmal Hallo Jetzt macht die Tür auf, danke Jetzt kommt bestimmt wieder der mit der Knarre Ja Au Wieso werden die mal abgeschossen Oh, 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 oh Ich hab dich gewöhnt Aua Das kommt aber, wenn man nicht wartet Ah Tada Lass mich durch Wui Oh, hallo Knarre Ah So, jetzt ist der Kinder sitzt auch ab Oh Oh Scheiße Nein Fahrrad Ups Hehehehe Dammit Hallo Hallo Pistole Kann die mir eigentlich weh tun Au Schatz doch schon Was hab ich mir jetzt Aua Wait So, dieses Mal wait Dankeschön So, zum Abschluss können wir ja noch ein Bike Balcon nicht zu machen Erstmal mit Gandalf Oh 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 Na du Bengel Oh Ups Oh Entschuldigung Entschuldigung Aua Damals gab es sowas noch nicht Hui Ich kann mich gar nicht bewegen Aua 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 Das tat weh Wie muss ich jetzt mein Leben lang auf dem Balkon hier rumrammeln oder wie Das lass ich aber nicht zu Komm Lass mich durch hier Los Makukaracca Makukaracca Komm jetzt Komm mal suchen wir's mal mit Ihm hier Ihm hier Oh, Entschuldigung Huiiiiiii 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 Aua Au 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 Voll auf die Frau Hallo Inga Lange nicht gesehen ne Oh Entschuldigung Ich muss abhauen Aua Ich häng hier so rum ne Huia 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 Timmy Ich hab den Timmy in mir Oh, da ist alles rausgefallen aus dem Au 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 Aua Huiii Ach das ist bequem hier Er braucht denn schon Arme und Beine Wenn man einen schönen Sitz hat Das war's dann noch Leute, ciao Ciao.